so da sind wir auch schon wieder zurück nämlich mit der nächsten aufgabe markiere einen ungewöhnlichen seltenen und einen epischen gegenstand am besten wenn ihr es in der gruppe macht vergesst nicht die gruppenhilfe anzumachen weil dann zählen nämlich alle die das machen und wir gehen dazu in gruppenkeile aber ich muss diesmal auffüllen weil ich bin mir nicht sicher ob es zählt wenn ich nicht auffülle weil ich brauche teammates um denen das auch zu markieren weil mir selber markieren bin ich mir gerade nicht sicher ob das überhaupt funktioniert so dann zum gewinnspiel unten ihr seht ja vier abonnenten fehlen jetzt noch zu den 580 abonnenten dann kommt die dritte zahl hinzu die große frage ist jetzt aber nur wollt ihr lieber die 10 euro passive karte jedes mal haben oder lieber skins schreibt es einfach mal in die kommentare am besten direkt schickt mir auch eine freundesanfrage bei epic selbst einfach yt unterstrich family egg weil wenn ich skins verschenke müssen wir eigentlich schon zwei tage befreundet sein weil ansonsten funktioniert das ganze nämlich nicht und schreibt halt wirklich in die kommentare ob ihr lieber skins haben wollt oder eben dem passive code so die kameran stelle ich jetzt erst mal stumm so wir fliegen auch direkt raus jetzt hoffe ich halt nur da so einen epischen gegenstand finde aber ich gehe direkt schon ziemlich nah ans wasser wegen angeln beim angeln habe ich nämlich eben auch geschafft mit den epischen gegenstand zu finden für die andere mission so beim ungewöhnlichen selten episch die lecks sind wieder wunderbar einfach mal grundsätzlich alles markieren so da haben wir schon mal den ungewöhnlichen warte mal nicht dass ich hier quatsch erzähle doch ist ungewöhnlich weil hier oben links seht ihr es ja ungewöhnlich fernwaffe so wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein blau blau ist selten und episches lila natürlich erst mal finden natürlich markieren jetzt alle wie doof aber fortleid wird es ja so so angeln haben wir auch schon mal aber das blaues müssten wir eigentlich noch hier finden natürlich nicht so da haben wir schon was blaues einfach davor bei mir mit steuerkreuz nach links zack noch direkt mit so jetzt probieren wir beim angeln halt was lilanes zu finden weil ich glaube beim angeln ist es wahrscheinlicher als wenn wir das irgendwo random in der map finden das war schon mal nix aber das war schon mal nix das war auch nix ja komm schon natürlich auch nix jetzt die andere aufgabe gemacht habe habe ich einmal geangelt direkt was lilanes das ist auch nix lilanes das problem ist natürlich die zone kommt hier auch direkt na komm schon lila lila ist das jetzt hier euer ernst im ersten schwaben hatte ich schon was lilanes drin woher schäumt es so dass man es kaum sieht alles gibt es ja nicht gerade gucken ob wir sowas kriegen natürlich schon natürlich schon munition das ist auch nix das ist aber wirklich immer so leute sobald ich eine aufnahme mache funktioniert es nicht mache es gleich nochmal solo alleine direkt was gefunden jetzt sind hier auch keine spots mehr oder was manchmal fühle ich mich hier schon ein bisschen veräppelt von epic games kein einziger angelspot und ihr wisst selber man sieht eigentlich immer einen angelspot ja da ganz hinten hier war glaube ich noch eine kiste auch nix lilanes ja die ep holen wir uns natürlich auch mit so gucken ob hier noch was drin ist also wie gesagt beim angeln eigentlich hat man da das nötige glück aber ich natürlich jetzt wieder nicht der berühmte vorführeffekt hallo es ist doch nicht normal bayerischen schwaben das hier ist echt ein witz nur dass ich es nicht witzig finde gerade ich will die aufgaben natürlich selber natürlich auch haben das finde ich eigentlich mal mehr einen schwaben muss ich es gerade so probieren weil wir werden eh jetzt sterben und dann muss gucken wo wasser ist ja das wäre es jetzt noch gewesen jetzt hätte lilanes sein müssen und dann kommt der todentod so haben wir was sagen natürlich so liegt hier vielleicht was lilanes oben da hinten ist schon mal ein schwaben der schwaben der schwaben der schwaben da so jetzt was lilanes so zack und schon habt ihr die aufgabe also mit gliedern fischen geht es nämlich auch so ich hoffe ich konnte euch wie gesagt damit auch schon mal 52.000 dp das war aber viel 52.000 dp das ist wirklich schlecht ich hoffe ich konnte euch halt wie gesagt mit der aufgabe weiterhelfen gerne ein abo dalassen wie gesagt entweder skin oder passive code in dem sinne würde ich sagen haut rein das ist ein ein und 5.000 dp 2.000 dp das ist ein